Wir wollen jetzt aber noch kurz über diesen ersten großen Auftritt des neuen Bundeskanzlers sprechen, und zwar mit Politikanalytiker Thomas Hofer in unserem Interviewstudio. Guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Woll. Herr Dr. Hofer, das war ja doch ein ziemlich anderer Karl Nehammer, als der, den wir als Innenminister kennengelernt haben. Nicht der Mann mit der Flex. Hat er das überrascht? Nein, es hat mich nicht überrascht, denn er hat versucht natürlich implizit da eine Abkehr vom System Kurz, jedenfalls vom Kommunikationssystem Kurz, zu versuchen. Warum macht er das nur implizit? Weil er natürlich dann nicht einen harten Cut versuchen darf, weil noch immer sehr, sehr viele der jetzt verbliebenen ÖVP-Anhänger natürlich noch immer emotional mit Kurz verbunden sind. Aber im Stil hat er es versucht, anders zu machen. Er hat ihn implizit sogar kritisiert für den Kommunikationsstil, war ein Beitrag zu sehen in Richtung Vorabverkünden. Aber auch inhaltlich hat er gesagt, es war eine Art Hybris, dass man gemeint hat, die Politik könne sozusagen dem Virus irgendwie anschaffen, wann es wegzugehen hat. Also insofern war da eine Abkehr, natürlich auch in Richtung dieses Verbindenden, das Sie im Beitrag schon angesprochen haben. Apropos Kommunikation, auffällig ist auch Nehammer. Er will in seinen ersten Tagen seiner Amtszeit keine Interviews geben. Das ist wirklich ungewöhnlich. Was will er damit signalisieren? Nun natürlich, als Ex-Journalist sage ich, ist das ein wenig eigenartig und befremdlich. Aber ich glaube, signalisieren wollte er, verstehe nur nicht ganz, sozusagen das Gegensatzbar, dass er zuerst mit Experten und Expertinnen reden will und die Medien als weniger wichtig erachtet. Aber auch hier kann man vielleicht implizit sagen, Kurz war dafür bekannt, dass er staccatoartig wirklich eine Interview-Fallangst jedes Mal ins Feld gesetzt hat, wo zwar alles sehr gleichlautend war, aber man sich irgendwie übermannt gefühlt hat, ob der Massivität an Interviews, die da eben gleichzeitig erschienen sind. Vielleicht kann man es auch so lesen. Bleiben wir noch beim Hauptthema heute Corona. Da war jetzt keine Rede mehr davon, dass die Pandemie gemeistert sei oder nur mehr für Ungeimpfte da sei. Und Nehammer hat auch nicht mehr zwischen Lebensrettern und Lebensgefährdern unterschieden. Seine eigenen Worte noch im letzten Jahr. Wir Teil des berühmten virologischen Quartetts. Aber wie sehr kann er sich glaubwürdig neu erfinden? Na, ganz neu erfinden geht natürlich nicht. Er versucht, in diese neue Rolle zu wachsen, absolut. Er hat heute auch versucht, was die Pandemie angeht, Sie haben das völlig richtig angesprochen, eine Art neuen Realismus zu etablieren. Eben nicht mehr dieses sozusagen vielversprechende, immer wieder datensetzende und das Licht am Ende des Tunnels sehende Kommunikationselement, das Sebastian Kurz hatte, sondern er versucht da eben realistischer reinzugehen, hat gesagt, wir müssen mit dem Virus leben. Es war anders als die Aussagen von Kurz von wegen Pandemie gemeistert und Ähnliches. Das ist sicherlich etwas, was wohl auch in anderen Parteien mal grundsätzlich positiv ankommt. Wie wohl dieses Verbindende, ich sage es noch einmal, natürlich auch bald ans Ende kommt. Vor allem, wenn es dann darum geht, dass er heute betont hat, einen Dialog mit den Ungeimpften führen zu wollen. Denn das ist natürlich ein Widerspruch zu dem, was man jetzt machen muss, nämlich die Notmaßnahme, Impfpflicht. Das ist natürlich etwas, was sich eigentlich ausschließt. Der Dialog ist eigentlich zu Ende. Die sind eben, diese Versuche in die Richtung waren viel zu wenige im Übrigen, die sind eben gescheitert. Und deswegen muss man jetzt zu dieser Maßnahme greifen. Als Innenminister ist Karl Nehammer ganz, ganz stark für ein Kernthema der Kurz-ÖVP gestanden, nämlich Migration und Islam bei den umstrittenen Abschiebungen von Jugendlichen, bei den Moscheenschließungen der Operation Luxor gegen die Muslimbrüderschaft, durchaus markige Sprüche gegen den politischen Islam. Jetzt gleichzeitig fällt aber auch, dass er auch schon als Innenminister und erst recht jetzt als Kanzler keinen Auftritt beginnt, ohne zu sagen, liebe Österreicherinnen und Österreicher und alle, die hier leben. Etwas, das man von Sebastian Kurz kaum gehört hat. Wird es da neue Akzente geben oder auch wiederum nicht mit seinem Innenminister Karner, einem wirklichen Hardliner? Also ich glaube, da wird es die Rollenteilung geben. Also ich glaube, Karner wird nahtlos dort übernehmen im Innenministerium, nämlich wo Nehammer das verlassen hat, quasi das Innenministerium. Also da wird sicherlich versuchen, Nehammer sich als Kanzler etwas breiter aufzustellen. Und eines ist ganz wichtig, glaube ich auch, was das Verbindende angeht. Da hat er nicht nur versucht, die Opposition mit reinzuholen und zu sagen, auch das ist ein strategischer Move natürlich, indem er sagt, das verteilen wir auf möglichst viele Schultern. Und wenn SPÖ und NEOS zumindest dabei sind, gab ja auch offensichtlich schon das Gespräch mit dem Herrn Kickl heute Abend. Aber das war wenig erfolgreich und das war auch nicht anders zu erwarten. Aber es war natürlich der Adressat auch der eigene Koalitionspartner. Denn das, was Sie jetzt angesprochen haben, Migration, Asyl, wo es auch die einzelnen oder die einzigen Konflikte gab, natürlich mit den Grünen und dem Innenminister Nehammer, das hat er bewusst ausgespart aus seinem Statement. Da hat er eigentlich die verbindenden Elemente, also die ökosoziale Steuerreform, Pflege etc. in den Vordergrund gestellt, um nur ja auch nicht den Koalitionspartner da zu sehr zu reizen. Denn natürlich weiß die ÖVP, dass gerade sie sich derzeit auch keine Neuwahlen leisten kann. Ganz kurz noch zum neuen Innenminister. Er ist ja in den letzten Jahren Bürgermeister gewesen in Dexienthal im Niederösterreich. Und dort gibt es ein Tollfußmuseum. Das hat Nehammer heute an sich verteidigt, aber doch sehr klare Worte zu Tollfuß gefunden, die man in den letzten Jahrzehnten von der ÖVP so, jedenfalls von der ÖVP-Spitze so, nicht gehört hat. Es hat mit kurz ein wenig begonnen, aber das war doch erstaunlich klar, oder? Ja, es war erstaunlich klar. Er versucht dann natürlich Krisenmanagement proaktiv zu machen. Er hat einen Begriff verwendet, das ist ja auch historisch ganz interessant, den Reinhold Mitterlener das erste Mal verwendet hat, weiß nicht, ob das Zufall war, nämlich beim 70-Jahr-Jubiläum der ÖVP 2015, nämlich die Kanzlerdiktatur für Tollfuß. Lange war es ja so, dass die ÖVP nur das Wort Ständestaat deutlich verharmlosend verwendet hat. Man kann sich natürlich jetzt nicht zum Thema oder zum Begriff Austrofaschismus durchringen, aber die Kanzlerdiktatur und auch das Bekenntnis, dass natürlich dieses ominöse Tollfußbild dann nicht mehr in die Klubräumlichkeiten der ÖVP zurückkehren wird. Das war natürlich der Versuch, das nicht erst gerade zu einem großen Thema in der Öffentlichkeit werden zu lassen. Zusammenfassend kann man jetzt schon sagen, wie eigenständig wird Nehammer letztlich agieren können. Sein Regierungsteam wurde ja doch offenbar mehr von den Landeshauptleuten zusammengestellt. Die Parlamentsabgeordneten verdanken zu einem Großteil ihren Job Sebastian Kurz. Wie viele eigene Akzente wird ersetzen können? Nehammer ist natürlich back to black, das ist vollkommen klar. Er wird bei Kurz auch nicht versuchen, die inhaltliche Linie zu konterkarieren. Dazu war das viel zu prägend, auch für ihn. Und es ist klar, und auch da war es ja auch eine gewisserweise eine Abkehr oder vielleicht auch ein Hilferuf oder die Bitte in Richtung Landeshauptleute, dass die das nicht allzu offensichtlich machen sollen, dass sie da die eigentlichen Tonangebenden sind im Hintergrund. Er muss schon eine eigene Handschrift finden und vielleicht auch den einen oder anderen strategischen Konflikt mit den Ländern suchen. Aber logisch ist, dass da die Strukturen in der ÖVP, die nie weg waren, Herr Wolf, dass die natürlich jetzt voll wieder da sind und natürlich die Linie auch vorgeben. Das hat er sogar, ne, haben wir nämlich heute implizit an ein paar Stellen sogar zugegeben. Thomas Hofer, vielen Dank für diese Analyse und danke für das Gespräch. Sehr gerne.